und raus aus der hülle nur wo geht es noch mal raus fragen über fragen es geht natürlich und es kämen natürlich und dann beim bosskampf wieder leveln müssen wie immer sequenz warum was überhaupt gedacht dass der bär intelligent werden vielleicht weil das kreuz bekostet seems to like being hit by me so easily subdued to er hat sicher hilf zum intelligen zuvor former beauty and grace gibt mir diesen key kristall zurück schon wieder der bär siehst du was habe ich jetzt gesagt er redet sogar nun du dummer bär du blöder bär lass mich dir einen guten klatscher verpassen das würde ich das würde überbringen nicht uns nichts hinterher zu schleichen wir sprechen die kreaturen das könnte ein verwandtleter genren sein wir haben hier noch nie gegen einen genren lord gekämpft wir haben nicht nur technologie mit der sie kreaturen beherrschen können aber sie haben auch sie können sich auch selbst in kreaturen verwandeln ein guter handel denke ich die bitte ins haben den ach so haben den angel rsi technologie von uns die kreuzten kreuz den geschworenen feind einen genrennen sieht aus als ob ich dich töten muss dummer blöder bär aber das willst du nicht oder ich kann es in deinen augen sehen oder lässt ich muss ich muss es ich muss mich bei dir angesteckt haben rick ich denke nicht dass ich eine andere intelligente lebewesen töten will du tust das richtige lasst den bedärenden hohen rat der elteren nicht unsere feinde de personalisieren beide bedärenden elders und general lord sind menschen auf der ohr und weg ich habe keine angst big fehler ich will den tier ist im austausch dafür geben für den wir die gegeben geklaut haben naja aber jetzt erstmal bei bei das uns hoffen dass wir nie wieder aufeinandertreffen jetzt habe er sagt nix mehr wo wir es auch nicht mehr da ja auch blöd gewesen aber wir sind die falsche wei so resten time und jetzt kommen wir zurück zu der rote brücke geht zur roten brücke du wirst kommen die treason ist so wie der bedärenden high council das konzern dort wir könnten zum tode verurteilt werden tut mir leid dich damit reingezogen zu haben wenn die etwas gegen dich aufbringen werde ich dich beschützen und das von dir rick du solltest mich eher heiraten wenn das passiert sometimes i wonder when you are joking and when you are not i don't deserve someone like you i have no ich habe keine zukunft in midi wie werde ich mich um eine familie kümmern du meines like having kids together wo ein wille ist ist auch ein wegrag selbst wenn wir heiraten wir sind keine cowions wir sind auch zum grund des krieges gemacht worden unsere eltern sind krieger und so sind wir krieger Was ist da also der Punkt daran, ein Kind auf die Welt zu bringen, die das auch nur leihen muss? Nachdem wir die Erde wieder erhalten haben, würden die Menschen nur weiter und würden uns nur weiter für ihren Zwecke nutzen. Wir haben keine Freiheit. Du bist zu pessimistisch, Rick. Elder Alistar hat sich sehr gut um mich gekümmert. Und was ist schon dabei, wenn sie uns als Soldaten verwenden? Es ist unsere Pflicht und wir sollten darüber stolz sein. Es bedeutet nicht, dass wir nicht unsere Leben leben dürfen, solange wir unsere Pflicht zur selben Zeit erfüllen. In fact, it is because we excel in our duty that we are reconciled by Bidarian society. Du und ich, wir denken verschieden. Lass es ein anderes Mal diskutieren. Wir müssen jetzt zurück zur roten Brücke. Ja, die rote Brücke, wo dieser eine Typ da wartet. Aber zweimal speichern ist immer besser. Ah, da ist noch ein Key-Kristall. Nee. Die Schwieche sind sehr blöd, weil man weiß nie, wo greifen die an. Ja, mein Key-Kristall muss sein. Da kann man nicht einfach so liegen lassen. Oh, nix. Ja, haben wir keine mehr. Haben wir verwendet für den Kampf gegen den Bären. Das ist der richtige Weg. Oh, nein, ist es nicht, aber da gibt es Key-Kristalle. Nein. Ah, und dann Agathe, Key-Kristall und... Ein Amethyst. Key-Kristall. Na ja, dann wieder ein paar Key-Kristalle aufgemacht. Uh, vorbei. Ja gut, das kann man schaffen. Hoffe ich mal. Gott sei Dank. Ja, ha. Metal Fury. Oh, das ist stark. Überall kostet ja auch mehr, äh, Mana als, äh, Key, mein ich, als, Gottshörd. Normaler Angriff? Nee, reicht. Wood-Growth, Holz-Fuchs. Ein Käfer, der Holz aus dem Boden zogen. Level, ab, okay. Äh, aber noch keine neuen Key-Skills. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Also schon nicht bei allen zehn Leveln. Richtig? Ja, richtig. Nochmal sich also speichern. Äh, ja. Und da ist noch nicht die Rote Brücke, denn die Rote Brücke ist ja nicht hier. Ganz klar, die Rote Brücke ist hier nicht. Nicht, denn die Rote Brücke ist hier. Ja. Äh, alles was wir zu tun scheinen, ist Kämpfen. Warum kann das Töten nicht stoppen? Aufhören. Du bist zu naivrig. Töten oder getötet werden? So funktioniert die Welt nun mal. Benutze oder werde benutzt. Wir müssen stark bleiben und kämpfen für das, was wir wollen. Nein. Da ist mehr zu leben als das. Es muss sein. Ich kann nur die Antwort noch nicht finden. Ich will mich nicht mit dir streiten, Rick. Es ist unsere Pflicht, den Frieden auf Bidari zu erhalten. Und der ist, dein Arm. Er blutet. Hier. Lass mich das mit dem Keykristall heilen, was, den ich für einen regnerischen Tag, äh, hä? Okay, für einen regnerischen Tag bewahrt, aber. I love you, Rick, darling. No, no, don't get carried away. We really should carry to der Rote Brücke. Die ganze Party is fully recovered. Save. Denn die Rote Brücke ist ja ganz klar da gewesen. Da mit dem Holzfäller. Äh, nee. Da ist der Elder Evler. Aber Nordosten hieß es damals. Deswegen denke ich, das war damals auch der richtige Weg mit dem Holzfäller. Weiß ich natürlich nicht mehr. Ist jetzt aber egal, weil die Folge hier ist jetzt eh vorbei, also. Also, weil das sind ja alles, nee. Das war, glaube ich, der falsche Weg, oder? Äh. Ne, da laufe ich jetzt noch vorbei. Okay, damit das jetzt noch hier in dem ist, bisschen nervig. Äh. Funktioniert super. Und dann kommt schon das andere Monster. Ja, genau. Vermutlich wäre es einfach, einfach zu kämpfen, aber. Wenn man schon angefangen hat, dann. Boah, wenn das jetzt der falsche Weg ist, dann. Ne, das ist der richtige Weg und dann geht es nächste Folge weiter. In der roten Brücke. Ich weiß, dass es hier hears, ANY96 Chrome night gibt. Was ist jetzt hier, weiß ich. Vielen Dank.